Ich lerne Deutsch. Nummer 4801 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich leite eine Schreinerei. Wir stellen Möbel und Holzfenster her. Ich bin Immobilienmaklerin in dritter Generation. Das Unternehmen wurde von meinem Großvater gegründet. Ich bin Immobilienmaklerin in dritter Generation. Das Unternehmen wurde von meinem Großvater gegründet. Meine Kühe werden im Sommer nicht im Stall gehalten. Sie grasen auf der Weide. Meine Kühe werden im Sommer nicht im Stall gehalten. Sie grasen auf der Weide. Sie grasen auf der Weide. Wir legen großen Wert darauf, dass neue Mitarbeiterinnen gut ausgebildet werden. Wir legen großen Wert darauf, dass neue Mitarbeiterinnen gut ausgebildet werden. Wir legen großen Wert darauf, dass neue Mitarbeiterinnen gut ausgebildet werden. Regelmäßige Saunabesuche gehören zum Training des Herz-Kreislauf-Systems und verbessern die Sauerstoffversorgung des Körpers. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Die Socken sind gewaschen. Jetzt können sie auf der Wäscheleine getrocknet werden. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Wir hätten uns schon viel früher für einen gemeinsamen Natururlaub entscheiden sollen. Wir hätten uns schon viel früher für einen gemeinsamen Natururlaub entscheiden sollen. Es gibt viele verschiedene Studiengänge, die dir die Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln, die du als Reporterin brauchst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir haben uns gerade rolled an. Wenn wir einen Linken auf den Weg beginnen, lasst die Kompass zu abonnieren, aus der Kompass zu abonnieren. Es Ihre Wäscheleine getrocknet werden müssen. Oder wie er die Kompass zu abonnieren. Ich würde auf einmal zusagen, die Kompass zu abonnieren. Wir müssen uns Bwendungen auf und sicher. Wir müssen die Kompass zu abonnieren. Wir müssen uns jetzt eher auf der Kompass zu abonnieren. Vielen Dank.